Boozhoo und herzlich willkommen auf meinem Kanal hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Batman Arkham City ja leute in letzter Folge haben wir den falschen Buswebisch alias Hasch ja echt krank was er mit dem Patienten gemacht hat mit seiner scheiß Operation das hat genau wie Bruce Wayne ausschaut aber er hat es geschafft er sieht genau aus wie Bruce Wayne deswegen hat er die Leute entführt und getötet nur das Gesicht zu bekommen und nur das schafft er nicht und da wie es da weitergeht erfahren wir jetzt Abo, Like und los geht's und meine Katze will auch hauenlos sein und los Jesus, pinguin Oh, du willst mehr? In Deckung, es ist Batman In Deckung, es ist ein Hey! Jogs Fun House Da ist eins Mr. Freeze-Dingsbums Freeze-Ganate Wozu? Deine großen Wirkung mit den mehreren Gegnern gleichzeitig am Boden festfrieren lassen... Ah, Scheißfrau Oh, nicht schlecht Okay Kenn ich nicht Ich bin mir sicher irgendwo da Oder... Oder da Ah, Moment mal Bestimmt da! Was bleibt denn ein Kumiker wenn man seine Tricks Ah! So langsam bin ich am Wesen, ey Ja, Leute, ich... Mein Sprachbegab ist nicht so 1A, Leute von daher nicht wundern Oh, jetzt bin ich nachher Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin echt nicht schade Und noch einer ist hier, oder? Hier, wo? Oder kann das sein, irgendwo hier oben? Nein, unten, unten. Vielen Dank. Und fertig, oder? Oh nein, Stargebiet. Oh, cool. Alles fertig geschnappt. Cool. Cool. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Wusste ich jetzt hochkam? Da, in gut. Wusste ich jetzt hochkam? Ich würde gerne verlassen, aber wie geht das? Wusste ich jetzt hochkam? Wusste ich jetzt hochkam? Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, da reinzukommen. Ich bin jetzt hochkam. Ich bin jetzt hochkam. Wusste ich, wenn ich jetzt hochkam? Ich bin jetzt hochkam. Mensch. Ja. Ich bin jetzt hochkam. Ich bin jetzt hochkam. Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was? 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 Was ist das? ist das? Was ist das? was? Was ist das? Was ist das? was? was? da war ich auch? war schon? was? was ist das? was ist das? da war? Da war ich auch? was ist das? was? was ist das? was ist das? was ist das? was ist das? da rein? da rein? wo da rein? Hä? Ja, das habe ich doch gemacht. Das habe ich doch gemacht. Ja, aber ich will gerne wissen, was das andere ist. Ah, jetzt richtig. Jetzt bin ich genau richtig hier. Beim SES gehen? Okay. Beim SES. Ah, behindert einfach. Leute, ich weiß jetzt, wo das ist. So beschissen ist das. Oh, komm schon. Spürt, wie es hier von Minute zu Minute schlimmer wird. Okay, wo ist der SES? Wo war nochmal SES? Äh, SES war nochmal. Ich weiß nicht, wo noch. Warte, wichser denn nochmal. Nicht gut. Kein Essen, keine Sicherheit und jeder kleine Gangster kämpft um die Macht. Das war's. Okay. Ach so. Oh. So, Leute, einmal hier. Und, äh, warte mal kurz. So. Er hindert einfach, lächerlich einfach. Und dann hier, da. Und, äh, warte mal kurz. Und, äh, warte mal kurz. Und, äh, warte mal kurz. Oh, das war knapp. Okay, und der nächste Rätsel. Was ist hier? Ja, wie soll ich das hier machen? Nein. Nein. Äh, riddle. Okay, ist es irgendwo hier? Äh, irgendwo hier. Hier oben? Boden oben. Und, wo oben ist das? Bisschen weiter von mir. Ach, da! Da, 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 ich hab's gesehen. Bisschen ist also zurück, hm? Erklärt einiges. Ich hab's überall in Arkham City diese komischen Fragezeichen gesehen. Jawoll. Okay. 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 Okay, geh mal zur DCPD. Da ist nur ein Ding. Batman hier ist, muss noch irgendwas anderes passiert sein, oder? Da ist nur ein Ding. Aber. Hey. Ey. 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 Ich will fixe das. Zack, mutt! Oh, oh, oh. Äh, ich versuch's jetzt mal. Oh, oh. 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 Okay, Leute, ihr wisst jetzt, wo das ist. Ich weiß jetzt, wo das ist. Ist es kälter als im Herzen eines Schneemanns? Ach, Mann. Ich lasse mich jetzt in Ruhe. Warte mal kurz, Leute. Fünf. So, Heimat da vorne. Ich heile dich, Nora. Ich ertrage den Gedanken nicht, dass du immer so sein könntest. Ich sagte, ich würde sie finden. Danke, Batman. Ich hätte nicht an dir zweifeln dürfen. Heile sie und ändere dein Leben. Das bist nicht du. Ist sie nicht wunderschön, wie eine Blume im Eis erstarrt? Ich schulde dir was, Batman. Ich danke dir dafür. Ist sie nicht wunderschön, wie eine Blume im Eis erstarrt? Okay, Leute, dann sage ich mal, ich mache jetzt den Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo, like das. Das wird mich sehr freuen. Dann sage ich, Orwa, ciao, bis dann. Euer Jin Yakuza. Tschüss.